Togepi. Die Entwicklung davon ist togetik. Ist das gut? Okay, wir haben zwei Orden. Boah. So, ich meine mich zu... Nee, nee. Ich wollte gerade sagen, ich meine mich zu erinnern, dass der nächste Orden Dings ist. Geflug. Das war der erste, glaube ich. Das ist das größte Klang. Ich glaube, der dritte ist Elektro. Das müsste Magnetilo und so sein. Was kann von der Kauflos runterkommen? Tanzer nur, ne? Und Tanzer ist ja eher so. Tanzer auch die Weiterentwicklung ist, glaube ich, immer schlecht, ne? Und Scarabion auch? Scarabon? Scarabon habe ich ja nicht so Bock drauf. Tut mir leid. Ich will auch schon ein bisschen eigene Pokémon fangen und spielen, auf die ich ja Lust habe. So Scarabon ist irgendwie nicht so... Ich finde es nur halt 100 Mal cool. Ich finde es sogar Pinsir cooler als Scarabon. Sag ich. Was wollt ihr tun, ne? Dann guck mal hier ran. I. Gleich müsste ein Steg kommen, oder? Mit wieder Wasser-Pokémon, glaube ich. Mit Anglern. Oben links müsste gleich, glaube ich, so Bäume sein. Oben links Bäume und dann so ein Steg. Ein langer müsste kommen. Wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken. Hier mal ansprechen. Gucken wir mal, ob ich recht habe. Äh. Oh, nee. Alter, ich habe gar keine Ahnung mehr. Ist das der Weg mit Traumatus und so? Sind die Traumatus? Abras. Okay, Abras. Ja, doch. Okay, gut. Na gut. Dann erinnere mich so ein bisschen. Oh, mein Zubat, Bruder. Du kannst nicht mal bis. Ja, bist du noch nicht so ein Stück Scheiße. Jetzt hat bitte noch Pokémon. Also wie kann man denn Pokémon bitte uncool finden? Das ist crazy. Sander ist Boden, Gänsehaut. Okay, Zubat, du hast jetzt einmal einen guten Job, du Bastard fähig. Du wirst dich jetzt hier einmal beweisen, ja? Zubat? Verletzt dich sofort selber. Crazy, Zubat. Wark ist und stirbt hier. Kleinstein, ich brauche dich. Und zwar ZZ hier. Ich glaube, Kofnuss ist eine relativ starke Attacke, oder Kofnuss? Flamme, vielen Dank für die 15, liebe. Oh, mein Gott. Ich werde es nicht töten können. Es spammt einen Igler. Ich mache eh schon nur einschauen. Ist das krank. Weiter, vielen Dank. Mirable Absorber. Level 6, das Mist. Oh, Gott. Kleinstein, treu. Alter, wie sehr. Hauen dann bitte die Dings rein. Vielen Dank, Ryder, liebe. Stimmt, wenn Mirabler stirbt, kein Zerschneider mehr. Stimmt. Ich darf mit Mirabler niemals kämpfen. Ich darf es nicht mehr benutzen. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Ah, Kleinstein ist ein treues Stück irgendwie schon. Kleinstein ist doch super. Ist eigentlich super, aber er hilft halt nicht. Es wird nicht helfen. Hat auch schon Level 11. Chat, hat es irgendwelche Nachteile, seine Pokémon zur Pension zu geben, um zu leveln? Oh, der Traumato, Chat. Ich habe es doch gewusst. Aber Hypno, das ist nicht stark, ne? Du kannst nicht ausprobieren, die Attacken, du, äh, die lernen. Ah, okay. Aber das kann man später eh noch machen, oder nicht? Ih, Kämpfe gegen Carsten, Ih, Kämpfe gegen Carsten, Chat, Ih, Traumato, Ih. Das müsste aber gute Erfahrungen bringen hier. Und die Pokémon hier sind schon Level 12. Da hat er den Spruch zurückbekommen, Chat. Mit dem, mit dem E-Scooter. Dass ich mit dem E-Scooter zu meinem Kühlschrank fahre, ist ganz respektlos, Digga. Ich hoffe, er hat Traumatos. Jetzt ist es mal ein bisschen, ein bisschen sinnvoll. Ah, Elektros. Oh, Snooble, okay. Ey, Chat, die sind hier schon stark. Ich bin einfach underleveled, das ist crazy. Aber dem Unterkiefer kann es auch nicht zubeißen. 87 Punkte jeweils. Voltilam. Klatsch da mein Teu-Stück. Habe ich hier irgendwo die Chance, mal ein Onyx zu fangen, Chat? Oder nur in dieser eigenen Höhle. Hast Aaron. Aaron ist die Wichtigkeit, ist die Wichtigkeit Teil des Teams. Mit dem Namen. Ach, Kleinstein. Wie konnte ich dir jemals drücken? Du bist so ein tolles Stück Feuer abhier. So. Okay, eine gute Erfahrung. Wir müssen hier ein paar Tomate uns mal kennen. Ist eine gute, ist hier ein guter Spot, um unser Zuba zu leveln. Wahrscheinlich auch der einzige Spot, wo wir es leveln können. Oh, Aussetzer, auch ekliger Tagemann. Oh, ich kann auch später Knirscher, oder nicht? Konfusion. Boah, ist das krank. Also, wenn Zuba fällt, ne? Das ist schon richtig horrible. Oh mein Gott, hätten wir keinen Tank benutzt, ne? Ich habe gar nicht an Konfusion gedacht, dass ich das kann. Also, wenn Warschi fälsiger, ich denke, ich darf nicht übernachten. Hauptsportlevel 9. Ich könnte mir ein neues fangen, ja. Aber ich habe ja, ich habe das von level 2 an hochgelevelt, das Zuba hat. Damit du mir Vertrauen hast. Damit das sich schnell zum Ex-Band entwickelt. Super Zubat, super Zubat. So brauche ich dich hier. So brauche ich dich. Schön abfeuern. Das ist genau die Challenge. Das Spiel ja durchspielt, mein Freund. Und jedes Pokémon, was stirbt, wird freigelassen. Und dann wird nicht mehr benutzt. Und ich habe schon meinen Starter verloren. Am zweiten Orden. Dann wurde man Igelaber gewonshottet von dem Sichlor. Man ruckzuckig mit einem Volltreffer. Dieser Samen wird hier viel bringen. Viele Punkte zubekommen. Das schaffst du. Das schaffst du, Zubat. Tankenhieb. Müsst du Mocken. Super. Volltreffer natürlich, klar. Super, Zubat, super. Gute Punkte. Okay. Noch ein Hopspross. Sehr schön, weiter kämpfen. Was ich einem mit dem Zubat jetzt hier Gas gebe, ne? Na, schöne Sache steigt zurück. Wichtige Punkte. Wichtige Punkte. Nice. Nice. Ein bisschen einen kleinen Taler gemacht hier. Nice, nice, nice. Julian. Okay, super. Und sie spalten auch noch Geld für mich, meine Mutti. Das heißt, wenn ich mal broke bin, kann ich aber ja... Das ist hier die Pension steht ja, oder? Ist das wieder... Nicht jetzt gerade wieder bei... Bei Saphir, dass man hier, ähm... Wenghul fangen kann. dass ich die pension steht ist die pension steht geil okay ich werde sofort das so geht die abgeben sofort hier ich werde auch abgeben sage ich erstmal 2 abgeben naja vielleicht kann sich damit entwickeln vielleicht wird da was aus dir das neue ziehe eltern jetzt hier das neue stiefen mutter start oh ja geil der kacken hatte ich ruft sie immer an und sagt so hier oder pokémon geht's gut und so oder ihr werter versauern jeden tag werden sie raus aus dem fenster gucken und warten wo die ente bleibt aber die ente wird nicht kommen die ente wird nicht kommen ist nämlich kippen holen so was haben wir hier polizist mig boah fucano geil level 17 bruder das kracht doch ach du scheiße scheiße silber blick schwächt meine verteidigung so super du bist jetzt ein dienster du wirst jetzt eine sache machen du wirst nein okay super und super schön auszubauen super gut so dass sie war jetzt das weiß ich deine aufgabe zu wird jetzt kommt mir ich papa warte und regeln das für dich so selber verletzen bitte und holstück scheiße wichtig zu bad das wird man team world und donner schock wichtig zu bad kann ich das kann ich auch total analysieren jetzt wird sich umbringen okay blut super okay stark das müsste ordentlich erfahrung geben schock spät dacke hey mister damals sehr gefeiert der song hypnose oh ich freue hier meine tränke raus als gibt es kein morgen greif an marty gut es gibt ein super feuer marco tauschen firma holo wäre schlecht macho marschock ist schon kleiner bulle mit geowulf und so problem tomato sie gesagt verteilen das bleibt permanent siegesang lukatia city ich kann mich ganz grob erinnern aber es ist wirklich so also andere games die man damals gezockt hat keine ahnung vielleicht obwohl davon keine keine games noch mal das war wirklich alles so lange her an mir pokémon das ist so lange her das letzte mal pokémon gespielt egal diese edition das wird das wird bestimmt ich werde da zwölf gewesen sein oder so irgendwie so markt ja geil kenne ich noch wissen was wir machen was wir heute hinkommen so wir kaufen erst mal drei tränke drei super tränke damit wir sicher sind dann ein aufwecker kaufen wir über ein mit kann nicht schaden über heiler damals in der spiel war man hier richtig oft ich zieh los los dass der dritte preis wunderbar gewinn eine maronbeere wieder schlecht urchitzt das ist ja so geil man ich dachte ich spiel aber die edition von damals noch mal durch aber das ist einfach das was ich damals gespielt habe in neun elementen mit neun coolen elementen wie geil ist es bitte ich habe es mir liebe auch mal eben hier aber das wollte ich gar nicht hier rein habe ich schon habe ich weiß schon ein pokes hinterher das ist auch alles garantiert neue chat wie komme ich daran mit dem verschieben doch 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 chat ach so ganz hoch hast du schüttel feuer heiler so weg frei machen hier hyper ball ist der vierte g sein okay okay nice wahrscheinlich ein schlüssel für ges habe ich dabei das tomate das dabei gucken wir mal hin rama schock und warum man sieht hat nur kampf ist immer ist schon immer besser kann man kann man das grundsätzlich sagen steht das ist fast immer besser ist zwei typen zu haben holo rede sofort oh nein oh nein das hat wie ein scheiß namen oder also zweimal starbe weil das ist dann halt nur gegen flug und das hat dann auch nur zwei schwächen ne oh nein wie heißt das olaf oh nein oh ich will es nicht haben was hat so einen wertnamen bestimmt chester okay chester ist jetzt kein schlechter name checken wir all day all night das heißt herakles herakles was chester heißt der typ herakles digger gänseäuter was haben wir hier an dem tisch denn damals gab es richtige slot maschinen das ist alles anders aufgebaut modekoffer braucht die ente nämlich die trainer rum ok kann man trainieren ok wieder speichern gut da kommen freund ich will erst mal gerne level 17 hätten mit mit zubert so spieler ich bin aus dem spiel ausgeworfen wie so aufgeworfen dass alle dachte ich mogel eh er mogelt oh das ist ein psychotyp glaube ich psychopathenschwein könnte gut sein für das ist alles neu chat ich habe mir auch nicht anzulügen slimer bis schreck zurück rede zu übertrete und bisschen leben wiederholen hier in dem fisch ist zwar nicht effektiv aber reicht glaube ich das leben es hat super gute punkte hoffentlich 200 rede noch ein slimer ok super die kannst du hier kannst du wissen was machen super super dieses dieses alte was ich warte gegeben habe greift das nur wenn warte auch kämpft mein starter ist gestorben und wir haben gesagt dass jedes poko was stirbt nicht mehr benutzt werden darf also spiel ich ohne starter naja das muss kämpfen oh mein gott machst du das super der oder gut sauer rede schön der will 16 haben wir sie gibt es level 17 er bastard aber zu wird auch mehr aushalten wenn er sich entwickelt also golbert fleckmann fleckmann guter geht dafür zu was kann er schaffen ist das ist das ist ob ich nur wasser oder auf psycho doch psycho sehr gut rede zu man feuer ab da feuer ab da stark flügelschlag starker move so für für erstauner oder oder blutsauger also entweder erstauner oder blutsauger weg ist erstauner irgendwann ehemals gutscheid ne ne beides müll zu wird gute meter ja mein freund gute meter zu wird wie krass ist das ja dass wir einfach 2024 vor fiefer hier pokémon durchspielen das ist so crazy für mich flügelschlag aber sehr schöne attacke bringt müssen wir heute hier ein flugattacke ist gut für pflanzen und so sehr schön aber zu sehr sehr squishy mann und mein volti lamm oder mein wartige gerade ein bisschen außen vor gelassen hier kostet was für kostüme auf kinder zu verarschen und das war's was das hier das war's ok ich gehe noch nicht weiter hier muss ich schon mal irgendwas freier irgendwas freischalten i don't know Bis zum nächsten Mal. das ist auch neu das gab es damals nicht was da hat das ist nicht nur das gab es damals nicht bei kristall und so bitte mit ein sehr unteu stück mittag radiomodul wohl px so ich habe schon ein paar mal gelesen level 22 entwickeln wir uns die sind hier level 15 flügelschlag zubert rede rede zubert frage ist lohnt es sich jetzt erstmal meinen wartigen anzustellen und super zu entwickeln ich glaube schon oder ich habe jetzt schon so viel investiert ich muss eigentlich doch durchziehen oder eigentlich durchziehen glaube ich was der zweite slot müsste sein ja sondern flug ist wirklich ok ein igler wieder ok macht nicht viel flügelschlag schöne attacke gerade voll gut ab bastard sandwirbel ein bisschen lebensaugen rede ich glaube es macht sinn weil ich glaube dass das upgrade von super auf goldberg wird schon ziemlich viel bringen hoffentlich mehrere muss es mehr wird auch viel erfahrung glaube ich alt habe die alle einig das bämmen vorgeben ich auf die eier mehrere sage ich die so wie es ist Jetzt kommt Vati. Auffass Level 19. Schöne Sache, Harry. Drei, was? Okay, besser als nix. Kleentaler auch nur, Bastard. Am besten Pflanzenviecher. Rosalia und so, die bringen richtig viel. Das haben wir hier. Pikachu Level 16. Ein bisschen das mit Hollow Level ist auch nicht verkehrt. Wie für Zuball? Weil, Bruder, Zuball stirbt hier. Nach einem Donnerschock. Ach, du Kacke. Mein Kleinstein kommt wieder, du tolles Stück. Eeeh, er findet davon an zu heulen, weil das Kleinstein kommt. Steinwurf Kleinstein. Doppelteam. Oh. Auch coole neue Animation, das sieht ja damals ein bisschen anders aus. Trifft nicht. Na doch, trifft. Ihhh, der Ruckzucki. Mit zwei Schaden. Prostig. Das bringt gute Erfahrungen, das Pikachu. Garantiere ich, das bringt gute Erfahrungen. Haben wir leider auf drei gesplittet. Zuball da wird 18. Rede Zuball. 13 nehmen wir. Ich gehe auf sicher einmal zu, wir brauchen unbedingt ein Fahrrad, Bruder. Oh, ich hoffe, es lohnt sich mal, dass wir uns Goldbad machen. Aber wir haben es halt von Level 2 an, ne? Das kann sich echt relativ schnell entwickeln, glaube ich. Ist es da mit Level Up oder wird es da einfach so random? Ich glaube, mit Level Up, ne? X-Bad war echt stark. Goldbad war damals auch immer so nervig in den Höhlen. So ein ätzendes Pokémon. Jetzt mit Flügelschlag, mit Biss, Superschall. Irgendwann noch Ultraschall. Okay. Okay. Diktor. Boah, aber sehr viel hier. Vier Level brauchen wir damit. Alter, Feuer Zuball ab. Boah, da war der mal X-Bad ab. Heute reichen. Noch ein Diktor. Gut, nehmen wir. Feuerriegel ist am zweiten Ordner gestorben gegen das, äh, gegen das Sichlor. Boah, er hat Energiefokus gemacht, der Druckzug ihn, uns mit einem Volltreffer quasi one-shottet. Das war sehr, sehr anlackig, das kann passieren, ne? Boah, ich brauche noch ein paar mehr normale Tränke. Sehr schön, Zubat. Feuer habt da. Boah, gute Erfahrungen auf dem Weg da. Ehre. Was hat er hier? Okay, ein paar wichtige Träner haben wir hier. Ah, Volto Ball. Gänsehaut. Müsste wohl, ach du kacke. Level 2. Oh nein, hat der Elektro Ball als letztes. Level 2? Maybe, Kebab, maybe. Halb 6, okay. Müsste noch eine One-Shot, ich fand auch damals Elektro Ball immer so geil, ne? Dieser eine Raum, unten, wo diese Elektro Balls herumstanden, wisst ihr? Die man also alle klicken konnte. Okay, das wird jetzt ein bisschen stärker wahrscheinlich. 10, maybe. Ist das noch ein One-Shot? Bisschen gierig hier, bisschen gierig. Ladevorgang, okay. Quark oder quackiger für die 13, liebe. Ist wieder kacke, ne? Ist wieder kacke, oder? Liebe mein Freund. Ab der wegen FIFA kriege ich am Montag, da habe ich einen Call. Stark. Realisiert, ist auch cool. Das wird so stark sein. 14 oder so bestimmt. Oh, ja, Spot on. Okay, dann wählen wir jetzt hier mal Kleinstein und vorne ab. Ein bisschen Erfahrung noch für das gute Zubat. Das müsste ja nach Level 19 werden und dann sind wir hier gut dabei. Oh, Rede Kleinstein. Machst du Challenge ohne Wiederbeleben? Einfach, wenn Pokémon stirbt, ist es halt tot. Dann darf ich sicher benutzen. Das ist die Challenge. Habe ich hier was für... Oh, der könnte mal gute Erfahrungen immer bringen. Mit seinen ganzen Wolltabellen. Irgendwann mit Lektro, obwohl er könnte auch gefährlich werden. Wenn das irgendwann 4, 4, 4 Elektroball sind. Feuerspucken, okay. Feuer, Vulpix oder Vucano. Maybe magbar? Magbar? Wow. Alter, magma sieht so geil aus. Ich finde magma so cool. Und auch sehr stark magma, wird sehr viel Erfahrung bringen. Weil das ein fettes Pokémon ist. Magma mit abfeuern. Scheiße. Guck mal, wie geil magma aussieht. Rede, Zubat, rede. Es lebt Gänsehaut. So, weg damit. Das weiß ich mal vorhin. Gut, 400 bestimmt. 400 ziemlich genau. Sehr gut. Noch ein Magma. Level 16? Warte, ich brauche dich jetzt hier, aber mein Freund. Oh, warte, das könnte krachen hier. Aber das ist ein gutes Level. Silberblick. Okay, Verteidigung ein bisschen runter. Am Montag auch. Zum Beispiel am Montag. Der steht hier am Montag. Wer darf denn am Montag schon rein? Kleinstein besser, weiß ich schon. Aber obwohl, äh, ja. Doch, wer besser scharren ist mäßig. Finde ich sogar eigentlich ganz geil, dass wir da mal als Feuerpokémon haben nachher. Motor, die Info, ob ich darf. Ist der dumm. Oh, ich brauche dich jetzt hier. Oh, ich brauche dich jetzt hier. Ich mag wie. Äh, warte. Feuer ab da jetzt. Super. Wichtig. Oh, das gibt richtig Punkte. Das gibt richtig Punkte hier. Stark. 600 vielleicht sogar. Ah, der Heel. Digga sind 2 AP. 19 stark. Starker Gegner. Gib mal die Nummer von dir, Bruder. Gib mal deine Nummer. Ja, 100%. Muss mich wieder heilen. Hier nur Traumatus hier. Nidoran. Oh, mein Gott. Nidoran weiblich. Rede. Sofort. Sofort. Das ist Nidoqueen. Das ist Nidoqueen. Das war damals so ein starkes Pokémon. Sofort und super bei rauf da. Nidoqueen, das ist... Nidoran geiler. Nein, nein, nein. Nidoqueen sieht zwar geil aus, aber ist einfach schlecht, Digga. Vielleicht so Nidoqueen. Nidoran, super. Oh, ist eine andere Route. Einfach Route 36, Chat. Dann mal Schummelsweg hier. Okay, war schon lieber falsch. Aber. Kann ich nicht auch mit dem Pokédex nachher gucken, Chat? Pokédex aufmachen, jetzt habe ich eine Abra gesehen. Oh, man darf es fangen kann, überall? Ich glaube schon, ne? Hier gibt es Wulpix. Ich scheiße Wulpix. Ich werde auf ein richtig geiles Magma gehen. Oh, wir sind über 21. Kadabra, uh. Kadabra bringt gute Punkte. Gute Punkte. Das Kadabra. Reda, boah, wie geil das aussieht stark. Konfusion. Oh, jetzt ist er ober. Ge Frage. Das Kaste. Oh, das Kaste. Eh boah. Oh, das Kaste. Bis zumناglange geht's. Äh. ist das krass digga ein level vor vorgolbert ein level vorgolbert ich laufe in den nächsten gegner so krass ist glaube ich dann geht er wenn sie haut problem ist einfach der problem hierbei ist dass ich so viel level in dieses gold eingesteckt habe ich liebe das macht schaden jetzt darauf darauf rede so herrach jetzt so bastard namen hast lese so 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 es hat mir jetzt sein wird man vor ich brauchte hier die doran musste das nicht nur noch was die attacke tecken roten schlag komm schon oh mein gott ja ich weiß nicht warum es sterben ist okay ach du kacke ist das für ein angriff oder ist das für 20 angriff immer paralyse Absorber, ach du scheiße. Alles mir liebe. Warte, zeig mir deinen Wert. Warte, zeig mir deinen Wert. Ich brauch dich. Warte, zeig mir deinen Wert sofort. Donnerschock. Bitte, zum guten Schlag. Du hast dich geopfert, die du ran dafür. Oh mein Gott, das ist over. Das ist over. Vielleicht lieber Tackle? Oh, schon warte, ich brauch dich. Viel? Viel. Ein, ein Punkt. Kann ich angreifen, super, warte. Oh, warte, du treu, stück, du. Mach als Volltreffer. Warte, bitte. Verlierst du, das ist over. Was kannst du davon checken, warte. Warte, bitte. Verlöse, bitte. Warte, griffe an. Wir leben. Wir leben. Wir leben. So treu, stück. Du hast dich wieder einmal bewiesen, warte. Warum wollte ich sagen, was kann das? Nein. Was kann das? Ich muss immer das durchlesen. Warte, bäuste, bäuste, hälften sich um den Gegner. Die Inzitierung jetzt sind statt. Ja, wahrscheinlich für, für Heuler, I guess. Noch ein Tagela? Er hat nur eins gehabt. Er hat nur eins gehabt. Ach, du Scheiße, Chat. Oh, Warti, du bist das treueste Stück, was ich hier hatte. Oh, Warti, mein Warti. Hast du mich eben wieder gerettet? Wäre Warti gefallen, hätten wir, glaube ich, ja. Dann wäre es over gewesen. Ach, du Kacke. Ich habe einen Plan, Shit. Okay, Subato und treu, stück. Scheiße, du. Box 1, ablegen, abfeuern. Marschok. Ist auch gefallen, ist gestorben, oder Marschok? So, Kleinstein ist, Kleinstein tot. Nidoran auch tot. Ich habe nur meinen Warti. Ich habe nur meinen Warti. Ich habe nur meinen Warti. Okay, Kleinstein muss sich behalten für Dings, für Zertrimmerer. Oh mein Gott. Also, ich benutze es nicht im Fight, aber... Oh mein Gott, Digga. Goldbad verloren. Mein Marschok hat auch den Meter gemacht. Okay, Shit. Es ist die Ente. Ich komme wieder angekrochen. Papa kommt zurück. Papa kommt zurück. Oh, rede. Oh, 15 Meter gemacht. Stark. Komm her, Aaron. Komm her, Aaron. Ich wollte eh nur Dings haben. Ich wollte immer schon nur Dings haben. Ich will das Topsi abgeben. Oh, das war noch guter Level, ein guter Level. Und mein Topsi. Und mein Topsi. Aaron wird das treueste Stück nach Warti. Er wird die Nummer zwei. Ich weiß nicht, was zu schätzen, Aaron. Verzeih mir. Das war's für SWR. Nee, surgeons. Ich hoffe, das war's für Leute. Bis zum nächsten Mal.